Die Hälfte kommt aus den USA, das kommt nicht über den Teich. Ich muss das machen, wir haben immer schon angefangen zu spielen. Weiß nicht. Pass auf. Wir drehen mal die Setliste rum. Wir spielen das, wir spielen wirklich die Hälfte. Gut, dann holen wir euch da ab, wo ihr seid. Oder wir spielen das und nicht die zweite Strophe. Wir spielen einfach nur... Eine Punkband, die ich schon mal gesehen hab. Die Spiele sind auch, die haben das gecovered von uns. Die haben ein Lied von uns geklaut, die Schweine. Aber eigentlich ist es ein sehr gefühltvolles Lied. Das heißt, ich hab meine Bildung aus dem Pornoheft. Wenn ich die erwischte, mach ich die fertig. Und ich bin der Mann für eine Karte. Ich bin der Mann für die Hälfte mit einer Karte. Alles klar. Das ist nicht so geil, ich bin der Mann für die Hälfte. Aber das ist nicht so geil. Ich bin ein Zweifeltur, hier auf jeden Fall nicht weiß wie ich nicht bin, nein Schule, Eskler, Fremd, ich bin auch so sehr entweder Ich hab meine Bildung aus dem Fernsehen Da erklären sie's mir genau Alles, was ich brauche, ist TV Ich hab meine Bildung aus dem Fernsehen Da erklären sie's mir genau Alles, was ich brauche Alles, was ich brauche Alles, was ich brauche, ist TV Ich hab meine Bildung aus dem Fernsehen Ich hab meine Bildung aus dem Fernsehen Da erklären sie's mir genau Alles, was ich brauche, ist TV Ich hab meine Bildung aus dem Fernsehen Da erklären sie's mir genau Alles, was ich brauche, ist TV Ich hab meine Bildung aus dem Fernsehen Da erklären sie's mir genau Ganz genau Ganz genau Alles, was ich brauche, ist TV Ganz genau Alles, was ich brauche, ist TV Ich hab meine Bildung aus dem Fernsehen Ich hab meine Bildung aus dem Fernsehen Ich hab meine Bildung aus dem Fernsehen